Fein, dann fange ich noch mal an. Es ist jetzt Punkt halb elf durch. Halb zwölf, Entschuldigung, halb zwölf. Wir fangen um elf an. Also ich begrüße euch noch mal alle sehr herzlich, dass ihr gekommen seid zu unserem zweiten Kreisparteitag, dem Außerordentlichen in Wiesbaden, zur Kür des Oberbürgermeisterkandidaten. Das wird großartig. Ich freue mich, dass ihr euch alle nach vorne gesetzt habt und nicht in der letzten Reihe sitzen geblieben seid. Das ist auch schön. In der Schule hat mir vorhin jemand gesagt genau dasselbe. Ich war selber in der Schule, stimmt. Ich würde dann auch, wenn alle akkreditiert sind, sind alle akkreditiert oder gibt es noch welche, die noch keine Stimmkarten haben? Das sieht nicht. Ah, noch ein Taunussteiner. Ja, ja. Ja, ich darf auch nicht. Okay, gut. Dann sieht das so aus, als wären wir soweit fertig. Dann könnten wir theoretisch mit keinem Signal weitermachen. Ah, ja. Da hat der Beamer bedient, der Michael hat gerade seinen Rechner runtergefahren. Der Geier weiß warum. Ah, Windows. Also willkommen, da steht es auch noch mal. Gut, und dann brauche ich ein bisschen Unterstützung protokollarisch. Also wir müssen uns erstmal über die TU abstimmen, die kommt gleich. Gut. Also der erste Punkt wird sein, dass wir über die Tagesordnung abstimmen. Das sind ja auch noch dann Vorschläge zulässig. Die kann man ja noch ergänzen. Ich glaube, Michael, der Rechner ist einfach zu klein. Der kann das noch nicht. Das hat noch ein ganz kleiner, armer Windows-XP-Rechner. Ja. Richard, mach ihm doch gerade mal Linux drauf. Ja, also sieht so aus, als müsste ich noch ein bisschen den Alleinunterhalter spielen hier. Ja, wir haben aktuell drei Kandidaten, die sich zur Wahl stellen. Es wird die Möglichkeit geben, dass es noch spontan Kandidaturen gibt. Also das kann sich jeder noch überlegen, ob er auch gerne Oberbürgermeister werden möchte, zu Oberbürgermeisterwahl antreten möchte. So muss man sagen, es scheint keiner Oberbürgermeister werden zu wollen hier, außer den drei Kandidaten. Das kommt später. Gut. Ah, wir haben noch einen Kandidaten. Sie haben tatsächlich einen rausgefordert hier. Guck mal an. Okay. So. Jetzt will das Internet noch nicht so ganz. Wer fährt denn alles zum Landesparteitag? Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Okay. Wann ist denn der? Am Wochenende? Ja. Habt ihr euch alle schon Zimmer besorgt? Nein, noch nicht? Okay. Ja, das kannst du auch machen, natürlich. Und im Zelt. Oder im Auto. Wer hat denn schon alles Programmanträge eingereicht? Okay. Satzungsänderungsanträge? Bitte? Im RTK. Naja, von dem reden wir hier nicht. Also der RTK hat wieder das gemacht, was die Wiesbaden ja nicht gemacht haben, nämlich Anträge eingereicht. Naja. Naja. So was für ein Thema? Zwölf oder 13. Darunter Soziales, Ehrenamt und Ahrtalbahn. Und noch ein paar mehr. Hut ab. Handelt sich nur noch um Stunden? Ja. Es kann sich nur noch um Stunden handeln. Notfalls machen wir halt die erste Pause. Ich dachte, die hatten wir eben schon gemacht. Ne, ne. Da hatten wir noch nicht angefangen. Weitere suppose. Okay. Vielen Dank. Also, ich habe das Gefühl, das ist eher gerade Werbung für Linux oder für OS, für Mac OS. Was? Mecha OS, genau. Mecha Book. Also, wir sind leider immer noch nicht so weit. Soll ich dir meinen Stick geben vielleicht? Ich habe hier gerade noch mal eine Verbindung aufzubauen. Hängt es am Strom für dein Handy oder was? Das ist noch fast voll. Okay. Das ist bestimmt ein iPhone. Nein, das ist ein Android. Dann wird es ja funktionieren. Wir haben Internet. Das sieht mir schwer nach Internet aus. Früher waren wir immer schlau und da haben wir uns das alles runtergeladen auf die Festplatte. Aber gut, dann konnte auch keiner mitgucken. Es gibt übrigens ein Protokoll-Pad, das heißt genauso wie das, was der Michael gerade offen hatte oder wie die alle heißen, nur hinten nicht mit irgendwas dran nach dem letzten Slash, sondern mit KPT 2012.2-Protokoll. So, wir können anfangen. Wie ihr seht, seht ihr die TO? Kannst du es noch ein bisschen größer machen mit Steuerung Plus? Mach ruhig. Mach ruhig, nur dass man die... Ja, genau. Genau. So. Kann man das lesen da hinten auch? Also, Robert, wenn nur du das nicht lesen kannst, dann... Okay, ich lese sie einfach mal vor. Also, die ersten zwei Punkte können wir weglassen. Ne, die verschieben wir mal nach hinten. Um 10 Uhr war Aufbau und Akkreditierung. Das ging jetzt leider bis um halb zwölf schon, aber kein Problem. Danach die Eröffnung der Versammlung durch den KV-Vorsitzenden, das bin ich. Als nächstes folgt der Beschluss der Tagesordnung, dann der Beschluss der Geschäftsordnung. Danach die Wahl des Versammlungsleiters, dann die Wahl des Protokollanten, dann die Wahl des Wahlhelfers und die Ernennung der Wahlhelfer. Danach der Höhepunkt, die Wahl des OB-Kandidaten, wobei dann als erstes noch eine Vorstellungsrunde vorgesehen ist, in der auch noch Fragen gestellt werden können und hoffentlich auch beantwortet. Die Fragerunde, ja, und danach die Wahl. Dann haben wir einen OB-Kandidaten. Wenn dieser OB-Kandidat dann von uns gekürt ist, dann müssen wir Vertrauenspersonen ernennen, die mit dem Wahlleiter von Wiesbaden zusammen dann quasi das dokumentieren. Danach noch Sonstiges, das ist der Punkt, unter dem hier alles Mögliche eingebracht werden kann. Ja, dann rede ich wieder ein paar Worte und der OB-Kandidat, der neue dann auch. Und danach Schließung der Sitzung. Soweit klar, gibt es noch Änderungswünsche an der TU? Drei, zwei, eins. Da hat jemand einen Änderungswunsch. Die Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung müssen wir aufnehmen. Vorbeschluss der Tagesordnung, das braucht ich jetzt. Bitte? Vorbeschluss der Tagesordnung, das braucht ich jetzt. Das ist ja auch nicht vor Ort. Wie sieht man das? Sagen wir, dass es im Formgerecht eingeladen wurde und das wäre beschlussfähig. Ah, okay. Gut. Also, dann stelle ich hiermit fest, dass frist- und formgerecht eingeladen wurde und wir beschlussfähig sind. Damit ist dieser Punkt gegessen, denke ich. Danke. Ja, sonst noch irgendwelche Änderungswünsche? Ich sehe keine. Die Vorstellungsrunde der Bewerber ist in welcher Reihenfolge, falls eine Reihenfolge bereits festgelegt ist, möchte ich den Antrag stellen, dass der los entscheidet. Ich denke, das können wir einfach so übernehmen und so handhaben. Irgendjemand etwas dagegen? Andere Vorschläge dazu? Das ist nicht der Fall, wunderbar. Dann würde ich sagen, ja, Markus? Wir haben hier noch einen neuen Kandidaten für Wies. Wir haben hier noch einen Gründe angebracht, weil er selbst sehr neun macht. Wir haben hier vor der Sitzung und gegenfragen werden. Ich wollte mich kurz vorstellen, ich bin Christoph Bausinger, ich bin hier aus Wiesbaden. Ich habe aber die Problematik, dass ich hier mit dem Ausweis festgestellt habe, ich bin in Bayern gemeldet. Das heißt, wahrscheinlich bin ich gar nicht hier wahlberechtigt, beziehungsweise irgendwie redenberechtigt oder sonst was. Ich bin nicht in Wiesbaden gemeldet. Dann hat sich das ja geprägt. Okay, danke. Nochmal zur Klarstellung, OB-Kandidat kann jeder werden, egal vom Wohnensitz. Du musst nicht hier in Wiesbaden wohnen, um Oberbürgermeisterkandidat zu werden. Du müsstest dann halt nach Wiesbaden ziehen, falls du wirklich Oberbürgermeister werden solltest. Gut, das war dann die nächste Frage. Das machen wir dann später, wenn wir die Kandidaten vorstellen. Das ist jetzt halt nur was Grundsätzliches. Ja, also musst du dir halt überlegen, wenn du umziehen würdest, dann bist du dabei, wenn du das ausschließt. Gut, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Ja? Also der Hallraum ist leider so groß, dass ich nichts verstehe. Ich meine, ich kann bei der Akkreditierung natürlich nur davon ausgehen, was die Mitgliederverwaltung geht. Denk dir ein Hashtag aus. Bitte? Also laut meinen Informationen, bist du jetzt vor kurzem umgezogen, oder was? Also bist du eigentlich nicht wahlberechtigt? Wählbar ist er schon. Gut, gibt es sonst noch irgendwelche Einwände, Wünsche zur TO-Unklarheiten? Das sieht nicht so aus. Ach, der Ernst hat nichts mehr einzuwenden. Gut. Bitte? Die ziehst du zurück. Jetzt habe ich es verstanden. Okay, gut. Gut, alles klar. Dann bitte ich darum, die Tagesordnung zu verabschieden. Wer ist dafür, die Tagesordnung so, wie sie da ist, zu verabschieden? Das ist ganz klar die Mehrheit. Wer ist dagegen? Niemand. Doch, eine Dagegenstimme. Gut, eine Dagegen und wer enthält sich? Gut. Dann haben wir also mit einer Gegenstimme ist die Tagesordnung so angenommen. So, dann kommen wir zur Geschäftsordnung. Das ist das Ding, was uns jetzt maßgeblich durch den Kreisparteitag begleiten wird. Die ist praktisch identisch zu der vom letzten Mal. Nur in § 4 Absatz 1 wurde geändert und Absatz 2 ist jetzt neu. Das ist jetzt speziell für die Oberbürgermeisterwahl eingefügt worden. Wahlmodus für den Oberbürgermeisterkandidaten. Gut, ihr habt euch alle die GO nächtelang um die Ohren geschlagen und wisst, wie die aussieht und könnt auch mit den Änderungen daher etwas anfangen. Darum frage ich euch jetzt, ob ihr mit der GO, wie sie da vorne steht, einverstanden seid. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Enthaltungen? Bei fünf Enthaltungen ist die GO damit angenommen. Wunderbar. So, als nächstes wählen wir den Versammlungsleiter. Sehe ich das richtig? Richtig. Gut, dann hätte ich gerne Vorschläge für den Versammlungsleiter. Ja, Robert? Der Robert schlägt den Ernst vor, den Ernst Joachim Preußler als Versammlungsleiter. Sonst noch Vorschläge? Hinter dir. Ja, okay. Der Michael Göttenauer ist auch vorgeschlagen zum Versammlungsleiter. Sonst noch Vorschläge? Drei, zwei, eins, keine mehr. Wunderbar. Gut, können wir den offen abstimmen? Du willst zurückziehen dann den Versammlungsleiter? Okay, dann haben wir nur noch einen Kandidaten, das ist der Michael Göttenauer, das können wir gleich offen abstimmen einfach, ja. Wer möchte gerne, dass der Michael Göttenauer den Versammlungsleiter gibt heute? Dankeschön. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Eine Enthaltung. Bei zwei Enthaltungen ist der Michael jetzt als Versammlungsleiter angenommen. Okay, vielen Dank für das Vertrauen. Damit kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt, Wahl des Protokollanten. Gibt es Vorschläge für den Protokollanten? Bernd, sonst noch Vorschläge? Drei, zwei, eins, keine. Wer ist dafür, dass Bernd das Protokoll schreibt? Das sind die Mehrheit. Gut, damit hast du den Job. Und wir brauchen noch einen Wahlleiter. Der wurde Ernst nominiert. Gibt es sonst noch Interessenten? Keinen mehr. Dann, wer stimmt für Ernst als Wahlleiter? Ja, das ist auch die Mehrheit. Herzlichen Glückwunsch, Ernst, du hast den Job. So, damit kommen wir zum interessantesten und entspannendsten Punkt heute Abend. Heute Abend, nicht heute Abend, heute Vormittag, Wahl des OB-Kandidaten. Gibt es Menschen, die sich als Wahlhelfer zur Verfügung stellen möchten? Wir bräuchten ein, zwei Stück. Das wäre nicht so glücklich. Okay, wir haben eins, zwei, drei. Ja, ihr habt den Job. So, es wurde ein Vorschlag gemacht, die Reihenfolge der Vorstellungsrunde durch Los auszuwählen. Hat irgendjemand schon entsprechende Lose vorbereitet? Bevor wir zu dem Punkt kommen, muss ich noch fragen, Gibt es noch weitere Personen, die sich gerne als OB-Kandidat aufstellen lassen würden? Außer den dreien, die schon bekannt sind. Drei, zwei, eins. Damit ist die Liste der OB-Kandidaten geschlossen. Und es gibt außer den drei schon bekannten keine weiteren Kandidaten. Und, ja, Bernd, Christoph, ja. Okay, dann machen wir eine kurze Abstimmung, ob wir die Reihenfolge durch Los bestimmen oder den Vorschlag der Casting-Veranstaltung übernehmen. Wer ist dafür, den Vorschlag, die Reihenfolge vom Casting zu übernehmen? Sieben. Wer ist dafür, die Reihenfolge durch Los zu bestimmen? Das sind sechs. Auch sieben. Okay, ich frage nochmal. Wer ist dafür, die Reihenfolge des Castings zu übernehmen? Das sind sieben, acht, neun. Nochmal bitte, Hände nach oben. Neun. Wer ist dafür, die Reihenfolge durch Los zu bestimmen? Wieder sieben. Damit nehmen wir die Reihenfolge, wie sie durchs Casting bestimmt wurde. Das heißt, der erste ist Markus Klöß, zweiter Hans-Jörg Tangermann, dritter Robert Krause. Damit kommen wir jetzt zur Vorstellungsrunde der Bewerber. Jeder hat maximal zehn Minuten Zeit, sich nochmal kurz vorzustellen. Der erste ist Markus Klöß. Um Gottes Willen. Hallo, guten Morgen. Mein Name ist Markus Klöß, für die mich noch nicht kennen. Vor zwei Wochen hatten wir das Casting, das ich knapp gewonnen habe. Mir war relativ schnell klar, das hat nicht unbedingt was zu bedeuten. Allerdings bedeutet es doch eine ganze Menge, weil Montags klingelte bei mir das Telefon, das Amt rief an und sagte, herzlichen Glückwunsch, dass sie da mitgewonnen haben, dass sie da gewonnen hatten. Und dann überschlugen sich bei mir die Ereignisse. Ich war beim Ortsvorbeirat schon vorher eingeladen in den Rheingau-Taunus-Kreis. Das ist eine Präventionsmaßnahme der oberen Ahr, wo es darum geht, herauszufiltern, woher kommen die Probleme, die wir haben und was können die Schulen dafür tun oder dagegen tun. Und da saß ich dann da und schaute mir das so an, wie alle sich bemühten, besonders eloquent daherzureden und versuchten auch, pragmatische Vorschläge anzubringen. Aber woran es scheiterte, war am Geld. Es ist kein Geld für die ganzen Projekte da. Und für mich ist die, ja, das Wahlergebnis war für mich erst mal so, was, ich muss mich da jetzt reinknien. Ich habe mich dann versucht reinzuknien, aber ich bin quasi an der Arbeit hängen geblieben. Ich hatte jeden Tag, jeden Abend mit Ämtern zu sprechen, im Jugendamt kam auf mich zu und welche Verbesserungsvorschläge. Und da muss ich ganz offen ehrlich gestehen, also da war ich sowas von überrannt. Ich habe gemerkt, dass es mir im Grunde, und das musste ich mir aufschreiben, weil ich glaube nicht, dass ich das jetzt hier so spontan rausbringe, was mir aufgefallen war, und das ist im Grunde das, was mir am meisten am Herzen liegt, was ich gerne ändern möchte bei uns in der Politik, bei der Bevölkerung, auch eine gewisse Wachheit dafür aufrufen. Und zwar, es gibt sehr viele hungrige, gierige Machthaber und die sitzen leider Gottes, ups, überall. Und das meine ich, was dann passiert ist, Leute, die mit der Basis zu tun haben, mit der Bevölkerung zu tun haben, die sind dann tierisch verunsichert. Die Leute, die dann machttechnisch sehr genau wissen, wie sie rhetorisch geschickt arbeiten sollten, da war noch der Oberbürgermeister von Eltwiede dabei. Ich habe unter uns gesagt, fast das Kotzen bekommen, mit welcher Rhetorik er die Leute da um sich herum sammeln konnte. Und ich habe gesagt, das kann so nicht weitergehen. Es gibt so viele, die genau wissen, woran es liegt. Und was übrig bleibt, sind dann Wähler, die verunsichert sind, unter rhetorisch Agierenden, von denen dann das Glauben, wo es langgehen soll. Und ich finde, das muss sich definitiv ändern. Ich bin lieber authentisch, nervös jetzt hier oben, tierisch nervös, und bin aber echt und zeige einfach auf, wo was verändert werden muss. Ich hatte die Tage dann noch mit einigen Betroffenen zu tun, Hartz-IV-Empfänger, Leute, die zum Arbeitsamt rennen, zum Jobcenter. Und es ist einfach die Katastrophe, wie überfordert die Leute bei den Jobcentern sind, wie wenig Aufträge, nicht Aufträge, wie viel die zu tun haben, aber wie wenig die quasi informiert werden, ja wirklich Essentielles zu erfahren. Also Rechtsgrundlagen, die werden so schnell verändert, dass die Betroffenen einen Ansprechpartner suchen, der Ansprechpartner sucht wiederum jemanden, dem was erklärt, und keiner blickt mehr durch. Und ich stehe dann da mit dem Betroffenen und sage, ja, was wünschst du dir denn? Ja, einfach mal was Pragmatisches. Und das, was ich jetzt eigentlich nur noch wiederholen kann, transparent, pragmatische Politik, dahinter stehe ich. Mir geht es unglaublich um soziale Gerechtigkeit, das jetzt hier in den zehn Minuten Redezeit, die ich habe, alles aufzuschlüsseln, wie und was ich mir wie vorstelle. Also da habe ich gemerkt, das überfordert mich. Da brauche ich einfach Zeit, da brauche ich einfach eine Menge Backgroundwissen, da gibt es Leute, die mir das zuspielen könnten, da gibt es Leute, die mir wahrscheinlich dann ihren Bein stellen wollen. Das alles herauszufillern, ist unglaublich komplex geworden. Und diese zwei Wochen, die haben mir eins gezeigt, das ist das, was ich vorher schon in der Arbeit erlebt habe und auch jetzt nachhaltiger erlebe, die Leute brauchen Transparenz und den Mut zu haben, wirklich mal die Stimme zu erheben und einfach was zu sagen. Wir hatten drei Potems-Diskussionen, hatte ich letzte Woche gehabt, einmal vom Jugendamt ging es einer aus, dann vom Präventionsrat Oberer A. Und die Leute, die eigentlich mit den Leuten an der Basis sitzen, die trauen sich nicht den Mund aufzumachen. Die sitzen dann da und sagen, ja, schön dahergeredet. Und das muss ich grundlegend ändern. Also es sind die Bereiche für mich klar, Bildung ist für mich ein enorm großes Thema. Natürlich, was ich jetzt nicht angesprochen habe, was zum Verkehr, das muss ich definitiv ändern. Der Verkehrssituation in Wiesbaden ist eigentlich absolut unerträglich. Und derzeit, mein Hauptziel muss heißen, Oberbürgermeister Müller, das System hat ausgedient. Das muss zu Ende sein. So wie er sich das vorstellt, was ich mitbekommen habe, ich habe jetzt gesehen, da winkt schon einer, oh je, ob das so stimmt. Und genau das ist es. Da fehlt die Informationsaustausch. Warum ist diese Meinung wichtig? Und da fehlt es mir einfach an Transparenz in Wiesbaden. Ich erfahre als jetzt Kandidaten von OB auf einmal, wie wenig Transparenz es eigentlich gibt. Und es gibt so viele, die sagen, sie wissen, wo es lang geht. Und das spürt man. Und ich appelliere eigentlich an jeden, unabhängig, ob ich jetzt hier, wo auch immer ich jetzt hier vom Platz gehen werde, ich mache da einfach weiter. Das war vorher für mich schon so und es wird weiterhin so bleiben, dass ich die Leute darauf aufmerksam machen will. Spürt mal rein, was der euch da erzählt. Es gibt so viele, die sehr geschickt agieren können und man glaubt, dass man sucht auch Hoffnung. Aber die Hoffnung liegt eigentlich bei jedem selbst, indem er selbst auch aktiv wird. Und die Leute dazu zu ermuntern, mit Leuten meine ich Bevölkerung. Jeden Einzelnen darf sich da angesprochen fühlen. Das ist eine Riesenaufgabe, die in Wiesbaden immer hinter verschlossener Tür läuft. Und ich denke, da brauchen wir einfach eine deutliche Transparenz und auch einen Austausch. Weil wenn jemand winkt und sagt, um Gottes Willen, was hat er da erzählt? Ja, da brauchen wir einen Austausch. Und die Leute, die aber betroffen sind, die kriegen davon überhaupt nichts mit. Das erreicht die noch nicht mal selbst. Ich habe mir noch aufgeschrieben gehabt, wie wichtig es wäre, mal die Ortsbarräte zu mehr Funktionen zu bewegen. Ja, es gibt in Wiesbaden so viele große Verstreuungen, die Leute wohnen, wie soll ich es formulieren? Also keiner hat mehr mit dem anderen was zu tun. Da ist keine Gemeinschaft, die du abholen kannst, die sich mal bewegt. Daran fehlt es definitiv auch in Wiesbaden. Und wenn ich so durch die Fuskenerzone laufe, naja gut, wir sind zu einer Konsumgesellschaft geworden. Wir suchen Orientierung zum Teil in Konsumgütern, was auch immer. Gut, das sind alte Themen, die kennen wir alle schon. und ein Umdenken zu bewegen als OB, kann man dann wahrscheinlich im Grunde in der Verwaltung erstmal bewirken. Und ich denke, das ist ein großer Weg, ein großer Schritt für alle, wenn sich in der Verwaltung so viel verändert, dass es wirklich die Betroffenen erreicht. Und das ist mein Kernziel in allen Bereichen. Dankeschön. Okay, danke. Nächster ist Hansjörg Tangermann. Ich würde es eigentlich lieber hier machen. Grüß Gott. Ich bin heute Morgen. Möchtest du, Sepp, noch kurz die Geschichte kommunizieren? Entschuldigung, Ernst. Ja, genau. Dann übergebe ich nochmal das Wort und ungern, aber... Ja, also wir müssen nochmal ein paar Sachen neu machen. Und zwar muss bei der Wahl des Protokollanten und des Wahlleiters müssen auch die Gegenstimmen noch abgefragt werden. Das ist relativ wichtig. Die Wahlhelfer ernannt dann auch der Wahlleiter. Die werden also nicht von der Versammlung bestimmt. Das ist aber an sich in Ordnung. Das machen wir dann nachher. Und die Kandidatenliste muss noch eine gewisse Zeit offen sein. Und das muss ich als Wahlleiter machen. Das haben wir letztes Mal oder vorhin etwas übersehen. Das sind eigentlich die drei wichtigsten Punkte. Dann würde ich dich bitten, dass du nochmal die Wahl zum Wahlleiter einfach nochmal ansagst und diesmal fragst, wer dafür ist und wer dagegen. Also ich bin immer noch Kandidat. Machen wir die Wahl zum Wahlleiter nochmal. Wer ist dafür, dass der Ernst der Wahlleiter ist? Wer ist dagegen? Einer dagegen. Die Enthaltungen? Und keine Enthaltungen. So, jetzt das Ganze nochmal für Protokollant. So, und die Wahl zum Protokollanten müssen wir auch nochmal machen. Das ist Bernd, der gerade herangeeilt kommt. Wer ist dafür, dass Bernd der Protokollant ist? Gegenstimmen? Keine Gegenstimmen? Enthaltungen? Auch keine Enthaltungen? Damit einstimmig. Gut. Die Wahlhelfer werde ich dann nochmal aufrufen und ernennen, wenn es dann soweit ist, wenn wir zur Wahl schreiten. Jetzt noch ganz wichtig als Wahlleiter, die Kandidatenliste für die Oberbürgermeisterwahl ist noch eröffnet. Sie wird geschlossen nach der Vorstellung der beiden Kandidaten, die sich jetzt noch gerade vorstellen. Bis dahin ist es noch möglich zu kandidieren. Ich werde das dann nochmal entsprechend ansagen, wenn die Kandidatenliste geschlossen wird. So, jetzt geht es weiter. Ja, ich darf gleich zweimal. Hallo. Es war sehr schön, heute Morgen von meinem Zuhause durch die Stadt zu laufen und zu sehen, wie diese wunderschöne Stadt erwacht. Ich habe Jogger gesehen, ich habe sogar Klubber gesehen, die aus Frankfurt gerade nach Hause kamen. Ich habe Kinder gesehen mit ihren Eltern. Ich habe Wiesbadener Bürger gesehen und sogar einen Go-Spieler, der ein Turnier suchte aus München, der zu Gast war in unserer Stadt. Und diese Stadt ist wunderschön. Ich schwöre, dass ich das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und die Verfassung des Landes Hessen, so wie alle in Hessen geltenden Gesetze, wahren und meinen Pflichten gewissenhaft und unparteiisch erfüllen werde. So wahr mir Gott helfe. Das ist natürlich jetzt heute nur ein Zitat, aber das ist der Amtseid des Wiesbadener Oberbürgermeisters. Mein Name ist Hans-Jörg Tangermann und ich möchte heute Kandidat der Piratenpartei werden, um nächstes Jahr diesen Satz an maßgeblicher Stelle nochmal zu sprechen und neuer Wiesbadener Oberbürgermeister zu werden. Natürlich fragen alle meine Freunde, warum tust du dir das eigentlich an? Und ich kann nur wiederholen, was ich auch vom Casting gesagt habe, das Maß ist einfach übervoll und ich muss mich wehren und insofern stehe ich aus Notwehr hier. Ich habe auch Zeit meines Lebens schon 10% meines Einkommens für gute Dinge gegeben, ohne viel drüber zu reden und habe was getan, aber das reicht jetzt nicht mehr. Jetzt möchte ich auch mal in die Öffentlichkeit treten und da Gutes tun. Warum die Piraten? Ich befürworte die Ziele der Piratenpartei vorbehaltlos, insbesondere die kommunalen Ziele. Auch das BGE muss weiter auf Machbarkeit untersucht werden und da zähle ich auch auf die Hilfe von Michael Passlack. In dem Kontext möchte ich mich nochmal herzlich bedanken, nicht nur bei ihm, sondern auch an Manuel für die offenen Worte, bei Bernd, Richard, Tobias, Jörg, Christoph, Hildan, Konstantin für den Haushalt, Sepp, Markus, Kairis und nicht zuletzt Michael und Hendrik. Auch deshalb mache ich es, weil ich Unterstützung gefühlt habe und wir alle gemeinsam wütend sind. Und die Wut lässt sich in einem Satz formulieren, Wiesbaden ist außen hui und innen ist viel pfui. Und ich habe mit der Dame eben schon gesprochen und mich schon im Vorhinein entschuldigt, zu diesem Image verhilft auch leider der Wiesbadener Kurier. In vielen Themen habe ich bei meiner Recherche in einem Jahr nicht einen semi-kritischen Artikel zu den Missständen in dieser Stadt gefunden. Hingegen die Frankfurter Rundschau schreibt sehr viel kritischer, obwohl Frankfurt weit weg ist. Und ich würde doch den Kurier bitten, vielleicht mal etwas kritischer zu sein und von der Hofberichterstattung, die hier gemacht wird, abzuweichen. Ihr merkt, ich bin sogar scheißwütend. Warum? Ich habe die letzte Stadtverordnetenversammlung besucht und habe die Abstimmung zum Thema Rhein-Main-Hallen verfolgt. Der Beschluss der Stadtverordnetenversammlung ist an Lächerlichkeit kaum noch zu überbieten. Wie hier was durchgedrückt werden soll. Es ist impertinent. Es ist intransparent. Etc. Etc. Ich möchte Ihnen kurz mal drei, vier Zahlen an den Kopf werfen. Die Rhein-Main-Hallen setzten in 2010 7,8 Millionen Euro um und erwirtschafteten 1,6 Millionen Euro Verlust. Zu den Kosten und Planungen sind nahezu alle Behauptungen der Stadtverordnetenversammlung beziehungsweise des Magistrats oder der Teile der Stadtverordnetenversammlung unwahr. Das sehr renommierte Büro aus Frankfurt, Speerarchitekten, mit denen ich übrigens in China zwei Nachhaltigkeitsprojekte gemacht habe und ich sage Ihnen, die bleiben bei den Kosten, hat in 2009 ein Paper erstellt, das hieß Vision 2015. Hier sind die Kosten spezifiziert. Die Sanierung der Rhein-Main-Hallen würde 25 Millionen Euro kosten. Ein Neubau schätzt Speer 125 Millionen. Der Ausfall würde drei bis vier Jahre betragen. Ich erinnere Sie an die Umsätze. Knapp acht Millionen bei zwei Millionen Verlust. Selbst mein Patenkind, mit dem ich das gestern diskutiert habe, hat nach zwei Minuten Überlegungszeit gesagt, das geht nicht. Auch wenn wir Zuschüsse vom Land, vom Bund reinrechnen, wenn wir reinrechnen, dass wir mehr Messegäste haben, die in Wiesbaden Geld ausgeben, das kann ich mir an drei Fingern abzählen. Wiesbaden kann sich das nicht leisten. Und das Schlimmste ist, die angeschlossene Kita verkommt zum Alibi. Und am Ende werden wir doch einen Berliner Flughafen in Wiesbaden haben. Und das werde ich verhindern. Auch wenn Sie mich nicht wählen. Ich werde in jedem Fall mich dafür einsetzen, dass es ein Bürgerbegehren gegen den Neubau der Rhein-Main-Halle geben wird. Und ich schätze die Chancen aufgrund der Zahlen auch nicht schlecht ein. Und ich habe den Amtseid nicht umsonst zitiert, Herr Dr. Müller. Ich möchte Sie an diesen Amtseid erinnern. Es kann nicht gut für Wiesbaden sein, dieses Projekt durchzudrücken, so wie der Haushalt derzeit bereits aussieht. Das Schlimme ist, je tiefer man stochert, desto schlimmer wird es eigentlich. Und ich weiß gar nicht mehr, ob ich wütend oder traurig bin. Bis 2011 hat die Stadt Wiesbaden eine Million vom Land Hessen, was bereits bezahlt war und für die Verwendung von sozialem Wohnungsbau bestimmt war, an das Land zurücküberwiesen. Weil sie haben es nicht geschafft, es für sozialen Wohnungsbau auszugeben. Wisst ihr das? Ich war baff. Da war ich auch gar nicht mehr wütend. Und da war ich schon einfach schockiert. Wiesbaden ist scheinbar, muss man einfach so sagen, zu doof, diese bereits gezahlten Gelder zu investieren. Und wenn wir kurzfristig eine Sanierungsmaßnahme machen oder irgendetwas, das hätte man sicher zweckdienlich für die Menschen in Wiesbaden ausgeben können. Der soziale Wohnungsbau in Hessen ist seit 1990 um 70 Prozent zurückgegangen. In Wiesbaden, Zahlen sind wichtig, auch um etwas für den Menschen zu erreichen. In Wiesbaden haben wir 93.000, 25.000 Sozialwohnungen gehabt. In 2010 waren es noch 10.000, in 2020 werden es unter 7.000 sein. Wo sind die Rentner, die sich eine andere Wohnung nicht mehr leisten können? Wo sind die Wohnungen für kinderreiche Familien? Ich möchte Ihnen noch kurz darlegen, welche Modelle es derzeit in Deutschland gibt. Es gibt das Modell Düsseldorf. Düsseldorf ist schuldenfrei und sagt, Qualität kommt vor Quantität. Wer bei uns eine günstige Wohnung möchte, soll an die Peripherie ziehen. Wir machen keinen sozialen Wohnungsbau und überweisen komplett alle Gelder an das Land zurück, jedes Jahr. Wollen wir das in Wiesbaden auch? Nein, nein, ich nicht. In Hamburg gibt es ein anderes Modell. Hamburg. Sie sehen alle, wie gebaut wird. Es wird investiert, die Stadt boomt. Was passiert? Hamburg hat ein Modell entwickelt. Du bist willkommen, Investor. Wir rollen dir den roten Teppich aus. Aber du musst zusätzlich zu deiner Investition 30 Prozent der Investitionssumme in soziale Wohnungsbauprojekte investieren. Das heißt ja auch nicht, dass die Geld verlieren, nur sie verdienen keins. Und ein Unternehmen hat die Chance, sich entsprechend in der Öffentlichkeit auch darzustellen. Als sozial engagiert, als nachhaltig. Und ich habe eine Lösung für Wiesbaden, weil mir reicht es nicht, Zustände zu kritisieren. Ich möchte euch Lösungen zeigen. Und meine Lösung ist, Modell Wiesbaden heißt freiwillige Selbstverpflichtung. Für jede Investition kommt rein. Wir machen euch alle Türen auf. Wir machen verkürzte Baugenehmigungen etc. Aber ihr müsst euch freiwillig selbst verpflichten, 15 Prozent als allererstes eurer Investitionssumme in sozialen Wohnungsbau zu investieren. Und die Unternehmen werden Ja sagen, weil alle werden sich aus Public Relation Gründen und auch aus der Moral und Ethik, die wieder einkehrt in der Wirtschaft, die Finanzbranche ausgenommen bitte, werden das nutzen, um sich als nachhaltig, sozial engagiert, moralisch und ethisch korrekt darzustellen. Daran kann Wiesbaden partizipieren. Herr Imholz, unser Sozialdezernin, ich bitte Sie, geben Sie dem Land Hessen kein Geld zurück. Fragen Sie lieber uns Piraten, was wir kurzfristig im sozialen Wohnungsbau damit machen können. Das ist sehr schade. Wohnraum wird knapper und teurer. Wo will Wiesbaden hin? Habe ich vorgeschlagen. Wir marschieren da jetzt mal durch. Lieblingsthema Wasser. Auch die Nebenkosten steigen. Das ist ein ganz wichtiges Thema auch für unsere Stadtverordneten. Da möchte ich kurz verweilen. Sie wissen, dass die Stadt Wiesbaden aufgrund eines Verfahrens vom Bundeskartellamt sich in die Gebühren geflüchtet ist. Und ein Gebührenhaushalt bedeutet, man darf keinen Gewinner wirtschaften. Das tut die Stadt Wiesbaden und verstößt damit gegen die hessische Gemeindeordnung. Das tun viele andere Städte auch, aber wir sind in Wiesbaden. Das muss sich ändern. Das bedeutet für eine vierköpfige Familie eine Rückerstattung für die letzten zwei Jahre von jeweils 300 Euro. Dieses Geld will scheinbar die Stadt Wiesbaden in die Rhein-Main-Halle packen. Vorletzter Punkt. Ich muss da jetzt wirklich, Entschuldigung, Gas geben. Unsere Holding, die die städtischen Gesellschaften vereint, was ja alles so toll ist. Wir haben uns mal die Bilanzen angeschaut, die am Bundesanzeiger veröffentlicht werden. 125 Millionen Forderungen gegenüber 1,06 Milliarden Verbindlichkeiten. Das bedeutet, wir haben 900 Millionen Euro Schiefstand. Allein vier, fünf Gesellschaften gebündelt ergibt eine Zinszahlung von mal eben 60 Millionen im Jahr. Wo ist da der Plan, Herr Müller? Die Zinsen fressen ihre Optionen auf. Sieht so Nachhaltigkeit aus. Ich wette auch, dass 50 Prozent der Aufsichtsräte, die bestellt sind in diesen Gesellschaften, die Bilanz überhaupt nicht lesen können. Es muss eine Lösung geben. Und die Lösung kann aussehen zum Beispiel, ich versuche es ganz kurz zu machen, Genossenschaften zu gründen, die den Bürgern gehören, betriebswirtschaftlich geführt, ein Gewinn erwirtschaftet, der den Bürgern zugutekommt. Transparenz nach dieser Pseudo-Offenbarung da in der Stadtverordnetenversammlung. Ich fordere ein Transparenzgesetz in Hessen oder notfalls in Wiesbaden, einen Beschluss nach dem Hamburger Vorbild. Hamburg hat ein Transparenzgesetz. Ich muss mich jetzt wirklich bitten, langsam zum Schluss zu kommen. Okay, dann zähle ich die Punkte noch auf, was mir wichtig ist. Mir ist Linux wichtig nach dem Münchner Modell. Wir sind die städtischen Genossenschaften wichtig. Und ich gehe gleich zum Schluss. Bürgerbegehren muss wieder zum Leben erweckt werden. Die Stadtbahn muss reaktiviert werden. Der Druck aus der Bevölkerung muss zunehmen. Und warum solltet ihr mir eure Stimme geben? Ihr stimmt für Lösungen. Ich habe keine finanziellen Interessen oder keine persönlichen Interessen, muss mich nicht mehr profilieren. Ihr stimmt für ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden. Ich habe und nehme mir die Zeit bereits jetzt, die Hälfte meiner Zeit, für dieses Ziel und auch für die Piraten mich einzusetzen. Und auch für mich steht der Mensch an erster Stelle. Aber mir reicht es nicht. Ich will etwas erreichen für den Menschen. Die Finanzen sind nur notwendiges Mittel, um das zu erreichen. Und ich komme zu meinem Schlusssatz. Mit mir erreicht ihr auch etwas konservativ denkende Menschen. Aber auch die ganzen Unzufriedenen, die nicht wissen, wo es lang geht. Es geht um unsere Stadt und wir alle sind Wiesbaden. Klar machen zum Ändern und ich bin sowas von klar zum Ändern. Danke, Hans-Jörg. Last but not least, Robert Krause. Ja, hallo. Meine Nacht war heute ein bisschen kurz. Denn ungefähr seit zwei Wochen denke ich sehr viel darüber nach, was ich hier heute, so wie ich hier stehe, erzählen möchte, um euch davon zu überzeugen, dass ich der geeignetste von uns dreien bin. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich heute Morgen um vier dann ins Bett gefallen bin, wusste ich das immer noch nicht so genau. Ich habe mir überlegt, dass vermutlich sehr viele gute Themen schon weg sind. Etwas über soziale Gerechtigkeit zu erzählen oder den Verkehr über Transparenz oder die Ortsbeiräte, das wäre jetzt alles etwas hinfällig, da andere Kandidaten sich ja schon dazu bekannt haben. Ich hätte auch etwas erzählen können über meinen schönen Weg zum KPT oder den Wiesbadener Kurier oder über die Rhein-Main-Hallen, aber das sind alles Themen, da sehe ich keine Relevanz. Entweder, weil das Kind schon in den Brunnen gefallen ist oder weil das nicht viel mit Politik zu tun hat. Ich habe mir überlegt, ich könnte hier etwas erzählen über den ÖPNV, also den fahrscheinlösen ÖPNV. Ich könnte hier etwas erzählen über die Sauberkeit in der Innenstadt. Ich könnte etwas erzählen über die Ahrtalbahn oder die Stadtbahn, die hoffentlich bald kommt. Ich könnte etwas erzählen über Kita-Plätze, die nicht mehr kosten, als sie ohnehin schon tun, was viel zu viel ist. Ich könnte etwas erzählen über Windkraft oder über Kameraüberwachung in Wiesbaden, die sehr zweifelhaft ist. Das werde ich nicht tun. Denn das sind alles Themen, die sind bekannt, die stehen bei uns im Wiesbadener Piratenprogramm und da stehe ich dahinter. Ich stehe hier, weil ich mit euch einen tollen Wahlkampf führen möchte. Ich will mit euch Spaß dabei haben, es wird eine anstrengende Zeit und wir müssen viel Energie aufwenden. Wenn ihr wirklich glaubt, dass wir die kleine Chance haben, die ganz, ganz kleine Chance, dass wir Oberbürgermeister wählen, werden, dann möchte ich euch vorschlagen, seid so nett und wählt den Markus. Okay, danke Robert. Damit ist die Vorstellungsrunde beendet und wir kommen zur Fragerunde. Gibt es Fragen aus dem Podium? Ich verstehe dich absolut nicht hier unten. Einen Moment noch. Wir haben jetzt die Vorstellungsrunde der drei bestehenden Kandidaten gehabt. Ich mache einen letzten Aufruf für die Kandidatenliste, ob es noch einen Kandidaten für den Oberbürgermeister Posten gibt. Das scheint nicht der Fall zu sein. Ich lasse noch mal ganz kurz ein bisschen Zeit verstreichen. Okay, es gibt keine weiteren Kandidaten. Damit schließe ich jetzt ganz offiziell die Kandidatenliste. Weitere Kandidaten können jetzt nicht mehr auf die Liste und können sich auch nicht von ihr entfernen lassen. Dann kommen wir jetzt zur Fragerunde. Eins, zwei, drei. So, gibt es Fragen aus dem Podium an einen der drei Kandidaten oder an alle drei Kandidaten? Kommt auf, Leute. Ich hätte eine Frage an den, wo ich gerade das Mikrofon in der Hand habe, an den Markus. Du hast vorhin gesagt, letzte Woche, vorletzte Woche wäre so viel über dich hereingebrochen. Du hast vorhin in deiner Vorstellung gesagt, da wäre viel über dich hereingebrochen. Wie schätzt du das denn ein bezüglich, wenn du Kandidat wirst, wie das dann wird? Und ich wollte ganz gerne von dir noch mal ein Statement, eben wie weit du dich dem gewachsen fühlst. Okay, also ich hatte tatsächlich die letzten Tage gemerkt, dass einiges auf mich reingebrochen war. Aber was mich selbst von mir überrascht hatte, war, genauso wie ich jetzt von mir überrascht bin, dass ich zu allem irgendwie doch was sagen konnte, auch wenn ich nicht so viel Ahnung hatte. Da dachte ich so, okay, so ähnlich sind die Politiker auch unterwegs. Das will ich mir aber herausnehmen, nicht zu tun. Ich denke, dass ich das gut stemmen kann, weil ich wachse da rein. Das ist das, was mir in den letzten anderthalb Wochen gekommen war. Am Anfang war es so ein Wupp, alles auf einmal und dann wächst man da rein. Also kann ich mir schon gut vorstellen. Ja, danke. Ich glaube, Markus Kairis hat sich eben gemeldet. Markus Kairis hat sich eben gemeldet. Mein Nachnamen höre ich, habe ich in der Schule nicht so oft gehört, wie hier heute bei dem Ortsbeiratscasting. Ich wollte den Robert jetzt mal fragen, weil er aktiv den Markus eben empfohlen hat, ob du da mit aus dem Rennen draußen bist oder ob du dich immerhin weiterhin nominierst. Okay. Weitere Fragen? Die geht an alle Kandidaten. Ihr unterstützt den Gewinner? Kannst du die auch suchen? Ja. Okay, alle drei sagen ja. Alle noch Fragen? Hallo, ich bin der Wolf. Ich hätte auch mal eine Frage an alle drei Kandidaten. Am 29.09. ist ein bundesweiter Aktionstag in Deutschland. Weiß jeder von euch oder wer weiß von euch, was das für ein Aktionstag ist? Das würde mich mal interessieren. Da geht es ums Umverteilen. Niemand? Gut, danke. Hallo. Also ganz, ganz kurz, weil Gott und das Glaubenskenntnis auch immer wichtig ist. Und so Kirche ist sowieso voll. Nein, also die Piraten haben ja auch Statements in der Richtung religiöser an uns im Kacke. Ja, der Herr Tangermann oder zumindest ein, zwei Leute hier, glaube ich, haben da schon zumindest nachgedacht. Und ich möchte die Kandidaten bitten, ob es eine Meinung zum Beispiel, wenn jetzt der Bürgermeister, wenn, bitte, genau, also meine Rede ist noch nicht, ja. Zum Beispiel vom Schwören und so weiter. Wenn es da zum Beispiel heißt, jemand sagt ganz genau, ich halte mich an alle Gesetze und bin Gott und so, ob ihr das auch sagt, zum Beispiel. Also ich sage das gerne, ich habe das zitiert in dem Amtseid des UBs, weil es so genannt ist, der gibt aber auch vor, die hessische Gemeindeordnung, dass man das ersetzen kann. Meine persönliche Meinung zur christlichen Kirche, zur islamischen Kirche ist eine sehr gespaltene. Ich toleriere jede Religion, bin aber selbst keiner dieser Religionen zugehörig und zwar aus Überzeugung. Wenn, dann stehe ich eher dem Buddhismus nah, aber bin auch kein Buddhist. Ja, mit Schwören ist es so eine Sache, das machen sehr viele und dann, ja, da möchte ich mich nicht einreihen und jetzt auf, klar fühlt man sich deutlich unter Druck, wenn da die Bibel liegt und ob man auf die Bibel schwört, mein Gott, im Grunde schwöre ich das zu sagen oder dazu zu schwören, was ich in mir selbst spüre, was ich als wahr empfinde und im Austausch mit anderen dann auch in der Entwicklung als wahr erlebe und dem nachgehe. Ob das jetzt irgendjemand irgendwann mal gesagt hat, spielt für mich dabei nicht so eine große Rolle. Also grundsätzlich interessiert es mich nicht, an was ein Mensch glaubt, dass es diesen Menschen selbst zu überlassen. Worauf Menschen schwören, dass es den Menschen auch überlassen, ob sie jetzt auf die Bibel schwören, auf die Tora, auf den Koran oder auf das heilige Buch ihrer Wahl oder, wie ich das machen würde, auf die Verfassung. Ja, also wir werden ja heute mit einem Ergebnis hier rausgehen, also das heißt, es wird einen Oberbürgermeisterkandidaten geben. Ich will die Frage mal umgekehrt stellen, was wird oder was erwartet ihr an Hilfe von den Piraten bei eurer Kampagne dann gewissermaßen? Die Frage geht dann an alle drei, also die Unterstützung. Dazu muss ich die Basis als allererstes entscheiden, was für einen Wahlkampf wir führen wollen. Ob wir einen Wahlkampf führen wollen, bei dem wir davon ausgehen, dass wir die Wahl tatsächlich gewinnen oder ob wir einen Wahlkampf führen wollen, bei dem wir davon ausgehen, dass wir einfach mal möglichst viel Krach machen, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Im ersteren Fall müssen wir etwas subtiler vorgehen, weil wir sonst später angreifbar sind, sollten wir es wirklich werden und dann kriegen wir im Magistrat von CDU und SPD eine ganz schöne Klatsche. Und wenn unser OB, der es dann tatsächlich ist, im Amt ist und keinen Fuß auf den Boden bekommt, dann wäre das ganz schön schlecht. Im zweiten Fall, da können wir einen Haufen Kreatives leisten, glaube ich. Also für mich wäre eine Unterstützung tatsächlich, ich kann jetzt eigentlich nicht mehr so viel dazu fügen, aber so ist es dir wahrscheinlich vorhin da oben gegangen, aber für mich wäre eine Unterstützung auf jeden Fall jede Form der Kommunikation im Austausch, weil Missverständnisse entstehen sehr schnell und klar wäre es mir als Ziel gegeben, dass die Partei auch hinter mir steht, aber das hat man in der Vergangenheit schon oft erlebt, nicht immer muss die Partei hinter dem Kandidaten stehen. Das ist natürlich schon ein Vorteil, das fände ich persönlich sehr schön, wenn wir dann auch im Wahlkampf sind, dass wir uns dann auch gegenseitig Unterstützung zukommen lassen, die dann auch praktisch umsetzbar ist. Also nicht, dass da einer erzählt, ja ich kann euch da unterstützen, da unterstützen, sondern wir brauchen Leute, ein Gremium, die es zusammensetzen und sich auch auskennen über das, worum es dann letztlich geht. Ich muss da ehrlich sagen, ich kenne mich da bislang noch viel zu wenig aus, aber ich bin extrem bereit, mich da weiterhin auszutauschen. Also ich möchte es ganz klar formulieren, es gibt ja verschiedene Bereiche, zum Beispiel, Michael, würde ich auf deine Unterstützung zählen, hinsichtlich Sozialgesetzgebung und Möglichkeiten, die eine Kommune hat und ich darf nochmal daran erinnern, wir haben hier einen Oberbürgermeisterwahlkampf. Es ist keine Landtags-, keine Bundestagswahl und da geht es in erster Linie um lokale Themen. Ich habe sehr viel Unterstützung schon von den Piraten erfahren, und ich würde mir wünschen, dass während des Wahlkampfs diese Unterstützung vielleicht noch verstärkt wird in dem einen oder anderen Bereich. Und eins noch, ich persönlich glaube, dass die Zeit, um zu stören und Sand ins Getriebe zu schütten und Themen lautstark zu verkünden ohne Wirkung, vorbei sein sollte bei den Piraten. Ich glaube, in Zukunft werden die Bürger, vor allem die, die auch nicht gewählt haben, und ich möchte daran erinnern, 72 Prozent haben nicht gewählt in Wiesbaden, die Bürger mitzunehmen und ihnen zu zeigen, wir erreichen auch etwas. Ich glaube, da ist in diesem und nächsten Jahr der Scheidepunkt für die Piraten gekommen und es wäre schön, wenn da ein bisschen mehr Pragmatismus manchmal einkehrt, um Ziele durchzusetzen, um etwas für die Menschen, über die wir immer reden, auch zu tun und zu erreichen. Und da zähle ich auf eure Unterstützung. Welche Themen würdet ihr denn als Schwerpunkt setzen? Das, was euch wirklich unter den Nägeln brennt, wenn ihr die Stadt Wiesbaden betrachtet. Dann habt ihr noch einen Moment Zeit zum Nachdenken. Also ich habe ja eben gesagt, was die Schwerpunkte sind. Für mich ist es so, wir können nicht darüber reden, was gibt der Stadthaushalt her, um zum Beispiel sozialen Wohnungsbau zu intensivieren, bevor wir das andere Thema nicht gelöst haben, wo kommt das Geld her. Und das lässt sich lösen. Und ich wiederhole mich nur, ich habe einige Ziele nicht mehr geschafft, aber für mich ist sozialer Wohnungsbau eines der Themen überhaupt. Für mich ist die Menschenwürde und die Behandlung Wiesbaden als Optionskommune, danke Michael, habe ich gelernt, hat alle Möglichkeiten, selbst gewisse Strukturen aufzubauen. Und diese Strukturen müssen genutzt werden. Das heißt, alle, da bin ich leider nicht mehr dazu gekommen vorhin, Dinge, die Menschen unwürdig sind, im Verfahren abzuschaffen, ein anderes Verfahren einzuführen, aber gleichzeitig auch wirklich etwas tun zu können und nicht, wie ich gelernt habe, nur zu labern, wie anders alles werden muss, sondern die Frage ist, wie machen wir es anders? Das ist eigentlich in allen Punkten das Kernthema und Entschlackung der Verwaltung ist mein zweites Thema, weil auch da haben wir die Möglichkeit, etwas zu erreichen, um ein menschenwürdigeres Dasein für viele im Moment, die durchs soziale Netz gefallen sind oder ganz unten gerade so hängen, zu erreichen. Das ist das Kernthema. Meine Kernthemen sind das Kernthema, das eine. Mein absoluter Schwerpunkt würde sein, im Magistrat dafür zu sorgen, dass es wieder die Möglichkeit gibt, dass hier in Wiesbaden Projekte für die Bevölkerung stattfinden können. Im Moment haben wir das Problem der Großen Koalition, die einfach sehr viele Möglichkeiten von vornherein blockiert. Es gibt keinen Raum für Innovation, es gibt keinen Raum für Entwicklung und das muss sich ändern. Ja, Bildung und Sozialprojekte im Allgemeinen, jetzt bevor ich mich jetzt hier groß einklinke, also ich kann das natürlich nur unterstützen, klar, es gibt noch andere Bereiche, aber ich lege mich jetzt mal fest, Bildung und soziale Projekte im Allgemeinen. Da muss man das näher erörtern, das ist natürlich jetzt hier ein Mikrofon, kurze Fragerunde. Ein reines Sachthema, was jetzt gar nichts mit uns zu tun hat. Hessen hat als letztes großes Bundesland die hessische Magistratsverfassung und da ist das Kernproblem, der Oberbürgermeister und auch die Stadtverordnetenversammlung haben relativ wenig Macht im Vergleich zur süddeutschen Ratsverfassung, die da eben nicht diese Macht des Magistrats kennt und mittelfristig wäre es auch wünschenswert, dass wir uns da ein bisschen modernisieren und nicht die Magistratsverfassung aus dem Jahre 1946 haben, sondern eine modernere Verfassung in der Stadt Wiesbaden. Noch jemand fragen? Okay, wenn es keine Fragen mehr gibt. Kommt schon, das kann doch nicht alles sein. Lassen wir euch noch ein bisschen Zeit zum überlegen, vielleicht fällt euch ja noch was ein. Drei, zwei, eins. Ah, da gibt noch jemand mit der Frage, Johannes. Ich gebe dir mal das Mikro. Egal, also ich bin kein Linuxer, ich bin Apple-Freak, genau, das Paradies auf Erden. Windows und so, ja genau. Aber zum Beispiel im Bundeskandidaten-Schatz steht da auch geschrieben. Nein? Also wollt ihr zum Beispiel die Stadt Wiesbaden auf MoLinux, Lee, ja genau, hieß ja anders. Also wenn es Wiesbaden müsste, ein neues Projekt wahrscheinlich und so. Wollt ihr? Johannes, das war eines der Themen, wo ich nicht mehr zugekommen bin. Es gibt das Münchner Modell, genannt Limux, ein modifiziertes Linux. Die Stadt München spart ab diesem Jahr sieben Millionen Lizenzgebühren an Microsoft. Und ich bin unbedingt dafür, wenn ich das irgendwie mit zu entscheiden habe, sofort ein Projekt zu starten, das das plant, wie die Immigration stattfinden kann und das binnen drei Jahren umzusetzen. Vielen Dank. Jep, genau so. Ich wirke bei der Gruppe mit, die sich mit dem Thema auseinandersetzt. Und wir haben uns leider nach dem initialen Treffen nicht mehr zusammengesetzt. Aber wir arbeiten an der Machbarkeit. Du hattest dich gemeldet, Bernd. Komm schon, du willst doch auch. Okay, gibt es sonst noch Fragen? Drei, zwei, eins. Letzte Chance. Letzte Chance vorbei. Damit ist die Fragerunde geschlossen und wir kommen zur Wahlhandlung. Und da übergebe ich an den Wahlleiter. So, da wir erst noch mal ein paar technische Sachen klären müssen, würde ich mal empfehlen. Wir machen eine kurze fünf Minuten Pause. Und in der Zwischenzeit bitte ich dann die potenziellen Wahlhelfer, dann zu mir zu kommen, damit wir das klären können. Und der Christoph brauche ich auch noch, wegen der Wahlzettel. Danke. Dann erkläre ich kurz die Wahl. Also, die Wahl zum Oberbürgermeisterkandidaten findet per Akzeptanzwahl oder auch Wahl durch Zustimmung genannt statt. Ihr könnt jedem der Kandidaten eine Stimme geben oder könnt sie ihm verwehren. Das heißt, auf dem Wahlzettel, auf dem drei Namen stehen, könnt ihr drei Kreuze machen, zwei Kreuze, ein Kreuz oder null Kreuze. Allerdings nur ein Kreuz pro Kandidat maximal. Derjenige, der die meisten Stimmen auf sich vereint und mehr als 50 Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen, ist dann euer Oberbürgermeisterkandidat. Bei Gleichstand würde es eine Stichwahl geben mit den Kandidaten, die die gleiche Anzahl haben. So, gibt es dazu noch Fragen? Das ist scheinbar nicht der Fall. Dann bitte ich jetzt noch die Wahlhelfer, zu mir zu kommen. Ihr benötigt zur Stimmabgabe euren Stimmzettel, den müsstet ihr schon bei der Akkreditierung, habt ihr den bekommen. Ihr braucht doch die Akkreditierungskarte, weil wir müssen abstreichen, wer schon die Stimme abgegeben hat. Also ohne den orangenen Zettel könnt ihr hier keine Stimme abgeben. Wer geheim wählen möchte, kann ja zum Beispiel da hinten in das Asbach-Uralt-Kabaret da gehen und kann sich da irgendwie heimlich seine Stimme abgeben. Ich muss jetzt noch den Christoph fragen, wie viele akkreditierte Stimmberechtigte haben wir gerade? 21 für das Protokoll. Dann möchte ich den Sepp bitten, den Stream abzuschalten, beziehungsweise auf Standbild zu schalten und eröffne damit den ersten Wahlgang. Bitte schön. Wir werden die Auszählung öffentlich hier machen. Wer zugucken möchte, kann gerne zuschauen. Da es sowieso keine weiteren Programmpunkte derzeit gibt, glaube ich, müsste man jetzt auch nicht die Versammlung weiterführen während der Auszählung. Okay. Ich sortiere sie einfach. Vielen Dank. 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 Wir machen das in einem Wahnsinn. Vielen Dank. Gibt es noch mehr Vorsitz, für die Frage, für die Vertrauens, die Vertrauens, für die Vertrauens, für die Vertrauens, und, während, und, während, 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 protokolliert, und, noch ein paar, und, 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 , und, 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 Ich verspreche euch, wie ich es eben schon gesagt habe, verantwortungsbewusst mit eurem Vertrauen umzugehen und verspreche euch, dass wir einen Wahlkampf alle gemeinsam führen werden, dass es nur so kracht und wir diese 72 Prozent der Menschen, die nicht gewählt haben, versuchen mitzunehmen. Neben natürlich den 28 Prozent, die unserer Meinung nach den Falschen gewählt haben. Aber lasst es uns wirklich krachen, sobald es losgeht. Und ich stehe auch hier heute und sage, unsere Chance ist sehr klein, aber als ich Teenager war, gab es den berühmten Punk-Spruch, du hast keine Chance, aber nutze sie. Und ich glaube, so sollten wir das auch sehen. Und das Ziel ist ganz klar, trotz der Situation, trotz des Umfeldes, trotz der konservativen Strukturen in Wiesbaden, den OB Dr. Müller zu fordern und vielleicht auch sogar uns achtbar zu schlagen oder zu gewinnen. Man weiß nie, was passiert. Vielen Dank. Applaus So, Bernd, hier ist es aber wirklich. Bis der Bernd kommt noch eines und ich habe es vorhin gesagt, ich zähle auf eure Unterstützung, weil ohne euch geht nichts. Ja, auch von mir nochmal herzlichen Glückwunsch zu deiner Wahl. Die anderen haben sich wacker geschlagen. Das war knapp, das war echt knapp. Nun ja, nachdem dieser Kreisparteitag bald zu Ende sein wird, fängt für uns die Arbeit erst an. Das muss uns klar sein. Und euch auch. Und mir auch. Und überhaupt allen. Ja, also ich bin auf jeden Fall froh, dass wir das so über die Bühne gebracht haben und dass wir tatsächlich jemanden vorschlagen können, den wir auf Plakaten sehen werden. Ich finde das großartig. Und wir werden den anderen, wir werden diesen sogenannten etablierten Parteien Paroli bieten. Ich bin mal gespannt, wie viele Nichtwähler wir noch ziehen können und was dann so noch abgeht in Wiesbaden. Sofort. Gut. Ja, damit sind wir am Ende des Kreisparteitags. Ich denke, es ist alles gesagt, alles protokolliert, alles unter Dach und Fach. Und ich würde sagen, dann schließe ich hiermit die Sitzung und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag mit Aufräumen, Mithelfen. Ihr wisst schon, das Übliche.